Jo, peace, meine lieben Freunde, was geht ab? Heute fighten wir den Enderdrachen in Better Minecraft und wir werden auf jeden Fall mies reingehen mit unserer Dia-Never-Read-Golden-Super-Special-Mega-Nicen-Super-Rüstung. Ich bin sehr gespannt, wie der Fight so wird. Mit dabei ist der Tobinato-LP. Was geht, was geht? Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt auch was zu essen, dann gehen wir rein in die Mäse. Okay, so, Ender-Portal. Alter, wie geil sieht das denn hier bitte aus? Ist das immer so? Im Standard-Minecraft nicht. Hier, ja, glaube ich schon. Alter, das sieht ultra geil aus. Im Standard-Minecraft sieht es ein bisschen anders aus. Okay, bist du soweit? Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich bin in Lava drin. Ich habe auch gerade einen Lecken-Ultra-Krassen. Ja, ja, okay, ich höre jetzt den Portal-Sound. Okay, ich bin da. Ich bin auch da. Moin, moin, moin. Alter, was ist das denn hier? Okay, das sieht ein bisschen anders aus. Okay, okay. Ich muss noch Musikpause machen im Hintergrund. Alter, okay. Yo, 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 yo. Da explodiert was. Da explodiert was. Da explodiert was. Und da kommt er, denke ich, oder? Alter, da ist er. Der Enderdrache. Du musst auf den Turm oben die Kristalle zerstören, ne? Auf den Turmen, die drumherum sind. Okay, okay, okay. Also vorher noch, äh, also vorher noch nicht den Enderdrachen, weil das ist... Ja, ja, normal, normal. Okay, da ist es kaputt gegangen. Okay, hab das. Der Nächsten. Shit, die sind so geschützt, gell? Mhm. Ist ja voll nervig. Was ist das denn hier? Little Bro schubst mich erstmal von da runter. Okay, du musst die so semi-abschießen, weil sonst kickt... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab ein... Ich hab eine ganz schiesige Idee. Ich baue einfach mich nach oben. Ja, die Spitzhacke ja so schnell alles abbauen kann. Unter anderem auch Obsidian. Ja, du bist auch hier gerade auf diesem Ding drauf, gell? Da war ich drauf, ja. Ich bin hier gerade am draufgehen, aber ich komm hier nicht so richtig hoch. So, jetzt... Okay, komm, let's go. Warte, hier ist noch eine Glocke. Oha! Ich fliege! Ja, musst du aufpassen. Der Ding, der hat mich richtig in die Luft geschmissen. Dieser kleine Go. Ey, woher wissen wir eigentlich noch, wie viele Dinge aktiv sind? Da musst du... Ich musste gucken, aber ich sehe hier noch so einige. Du siehst ja mal da, wo der Endertrache gerade versucht zu connecten. Weißt du? Okay, okay, okay. Ja, da oben. Ja, da kommst du nicht dran. Du musst dich... Bei dem hier musst du dich hochbauen. Ich mach das mal gerade ganz fick. Ja, mach das mal, mach das mal. Ich baue mich auch an noch einem 1 hoch. Ich baue mich mal an dem hier gerade hoch. Alter, Obsidian ist das doch, gell? Mhm. Ach, du Scheiße. Warte mal. Ich baue mir hier einfach mal gerade mal ein bisschen Stein ab. So, nächster Weg. Nächster Weg. Nächster Weg. Ich glaube, es sind keine mehr am Leben. Ich glaube, der hat noch Protection. So, ich glaube nicht mehr. Ich hätte mir vielleicht mal ein Wasserbucket mitnehmen sollen. Kannst du ja noch holen. Du hast ja noch dein ME-System. Ja, ja. Nimmt allerdings. Nee, ich glaube, der ist jetzt ohne, ohne den. Wir können ihn jetzt zitten. Okay, komm. Wo ist der kleine Go? Ja, ja, ja. Nimmt Schaden. Little Bro hat die Endermänner sauber gemacht. Sauber gemacht vor allem. Er hat die sauber gemacht einfach. Die sind jetzt richtig kugging. Alter, der Bogen macht... Mein Bogen macht so viel Damage. Yo, Alter. Die Endermänner sind sauer auf den Drachen, gell? Naja, weil... Geht das doch noch auf uns? Sind die nicht sauer? Weil wir sind freundlich mit denen. Wir können die auch angucken. Uns passiert nichts. Wir sind Homies mit denen. Was macht der da? Alter, der hat dann kurz so eine Unbesiegbarkeitsphase. Ich will eigentlich mit meinem Quertippen. Ich will gucken, wie viel ich mit meinem Schwerterwäsche mache. 10. Ja, zack. Das ist halt nicht so. Alter, der Enderdrache, der macht ja gar keinen Damage. Der hat ja gar keinen Bock, irgendwie uns anzugreifen. Nö. Er hat auch irgendwie gar keine Chance gegen uns. Der denkt sich, what the hell? Das größte Problem hier drinnen gerade ist, dass einfach das Essen ausgeht. Und selbst das nicht einmal... Wer die Endermänner alle weggeschleudert hat, die Armen, die sind alle da elendig verreckt. Holy shit, jetzt liegen die Haubeisenderperlen. Dreck. Ist der gleiche, oh hier, zack. Komm, den holen wir uns jetzt. Zack. Alter. Zack, er ist tot. Let's go. Das war's. Der Typ ist dead. Ey, der... Let's go. Ja, ja, ja. Nee, dein. Alter, der hat einen dicken Durchzieher gemacht. Er hat einen dicken Durchzieher gemacht. Aber wo ist jetzt das... Das ist eine gute Frage. Wir haben den einfach durch... Alter, hier ist das Baby, Drachenei. Ah, okay, hier ist das Portal auch gespawnt. Wo ist das Drachenei hin? Ich hab's abgebaut. Ach, das ist ein Inventar. Äh, nee, ist das runtergefallen. Nee, also... Real top, weil normalerweise teleportiert es sich weg, deswegen. Ah, nee, hier ist es, hier ist es. Ich hab's. Noch nie jemanden gesehen, der so schnell gequittet ist. Meine Damen und Herren, das war ein gutes Video. Das war ein sehr gutes Video. Also, meine lieben Freunde, danke... Das war ein sehr schönes Projekt. Das war ein sehr geiles Projekt. Danke, dass alle bei dem Projekt dabei waren. Danke für die ganzen Leute, die im Livestream dabei waren. Leute, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und Peace. Peace.